Schwimmteiche und Naturpools bieten ein unvergleichliches Badeerlebnis im eigenen Garten. Deshalb werden über 5000 im deutschsprachigen Raum jedes Jahr neu gebaut. Doch in allen natürlichen Gewässern bilden sich Algen, sogenannte Belege, und Sedimente, zum Beispiel kleinste Partikel von zerfallendem Laub. Diese lagern sich auf dem Teichboden ab. Das trübt schnell die Freude des Besitzers. Seither gehört ärgerliches Schrubben mit zum Teil sehr unhandlichen Reinigungsgeräten zum Teichalltag. Auch Tauchübungen sind keine Seltenheit. Damit macht das revolutionäre Reinigungssystem von Tostec jetzt Schluss. Schwimmteichliebhaber wünschen sich einen glasklaren und sauberen Teich, ohne für die Reinigung für Freizeit opfern zu müssen. Das Besondere am Tostec-System sind die vielen Alleinstellungsmerkmale. Dadurch sind die Tostec-Geräte die weltweit ersten und einzigen Geräte, die den Kundenanforderungen nach einer vollständigen Schwimmteichreinigung wirklich gerecht werden. Die Entfernung von Belegen ist ab sofort kein Kraftakt mehr, sondern kinderleicht. Das klappt schon mit dem Einstiegsmodell, einem handgeführten elektromotorischen Reiniger. Die selbst ansaugende Bürste garantiert eine optimale Belagsentfernung. Auch jahrealte Belege verschwinden mühelos. Dank der langsamen Rotation der Bürste werden die Sedimente nicht aufgewirbelt, sondern können abgesaugt werden. Durch den patentierten Ansaugteller muss der Anwender die Kraft zum Reinigen nicht mehr selbst erzeugen, sondern das Gerät nur leicht führen. Zum ersten Mal ist es möglich, auch senkrechte Flächen mit der gleichen Leichtigkeit zu reinigen. Durch Anschluss eines Ansaugschlauchs können lose Sedimente und Algen aus dem Pflanz- und Schwimmbereich abgesaugt werden. Schon das Einsteigergerät verfügt über eine integrierte Wasserpumpe, sodass sich der grobe Schmutz bei der Frühjahrsreinigung leicht aus dem Teich abführen lässt. In der nächsten Ausbaustufe wird die integrierte Schmutzabsaugung durch einen selbstreinigenden Filter ergänzt. Die angesaugten Sedimente werden vom Filter kontinuierlich entfernt und automatisch in einen separaten Schmutzbehälter befördert. In der Sed-Variante mit Zubehör können alle Reinigungstätigkeiten in einem Schwimmteich manuell durchgeführt werden. Die Top-Version der handgeführten Geräte kann nachträglich zu einem Robotersystem erweitert werden. Dieses arbeitet alleine und randlos bis in die Ecken. Mit nur wenigen Handgriffen ist die Zentraleinheit vom Roboterantrieb gelöst. So können alle Bereiche, die ein Roboter nicht erreichen kann, manuell gereinigt werden, ohne dass ein zusätzliches Gerät beschafft werden muss. Die Reinigung des Schwimmteichs dauert so nicht mehr zwei bis vier Stunden, sondern nur noch 20 bis 30 Minuten. Endlich mehr Freude am Schwimmteich! Werden sie vielleicht gut ist! Vielen Dank.